liebe zuseherinnen liebe zuseher absurde kulisse hier im hintergrund also jede menge an trails hier sichtbar ein flieger hier unten und einer hier oben schauen wir mal aber ich glaube den kriege ich nicht scharf rein es ist schon zu dunkel das ist sehr schwer hundertfache vergrößerung mehr geht sowieso nicht wollte nur kurz zeigen wie das ausschaut hier oben noch ein riesiger bizarrer trail der ausschaut ja ein bisschen wie ein dachlitraut oder in der